Frau Wischew, dies treibt den Umbau des Konzerns hin zu mehr Elektromobilität massiv voran. Kurz vor der heutigen Hauptversammlung gab Volkswagen bekannt, künftig selbst Batteriezellen für den E-Autos fertigen zu wollen. Dafür werde knapp eine Milliarde Euro ins niedersächsische Werk Salzgitter investiert, wo bislang vor allem Verbrennungsmotoren hergestellt werden. Die Produktion soll in etwa drei Jahren starten.